Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist auch eine üble Geschichte gewesen. Hier haben wir noch einen Eimer. Dann kommen oben noch welche Stresebahnstraße. Acht Cent Glas, Glas wiegt. Und wenn ich solche Tüten nach Hause geschleppt habe, und es sind große Flaschen bei, dann ist es nur ein Euro oder ein Euro 10. Und wenn ich kleine Flaschen habe, dann ist es vielleicht erst 30, 60. Dann ist die Tüte voll und die muss man aber erst mal nach Hause bringen. Dann ist die Tüte voll und die muss man aber erst mal nach Hause bringen. Dann ist die Tüte voll und die ist die Tüte voll und die muss man aber erst mal nach Hause bringen. Vielen Dank.